Wie viele Millionen sind eine Milliarde? Tausend! Wie viele Millimeter ist ein Meter? Äh, tausend! Und wie viel Folgen, wer weiß denn, sowas haben wir bereits gemacht? Tausend! Wir werfen uns in Schale und rollen den roten Teppich aus für die große Jubiläums-Quiz-Gala mit tollen Gästen. Yvonne Katterfeld und Marc Roster, Günter Jauf und Markus Lanz und Katrin Bauerfeind und Joko Winterscheid. Das alles gibt's am Samstagabend um 20.15 Uhr. Im Ersten. Und 10 auf 3. Tausend!